Es ist Vicarious, machen uns den Sender platt! Aber es hat doch kein Lebensbalki, wie letztes Mal. Wow. Das war nur ein Auto, das explodiert ist? Mh, da kommt ein Auge von links. Ah ja. Die Sniper-Asse hier. Alle Ballen daneben. Da legen sich Rebellen mit dem Kartellarm. Wie lautet der Plan? Granate fliegt, wir sehen uns in der Höhle! Ich hab noch nichts gesehen. Oh, ich hab schon hinter uns. Oh ja, die Karte fliegt. In der Kirche, da ist ein Sniper. Ich hol ihn mir. Nö. Er fährt den Prozessor. Ok, das dauern. So. Denk mal. Gut, dass hier unter uns alles qualmt und ich das hin... Ach so, da hat die Gierdebu angezeigt? Ja. Drei, zwei, eins... Ich hab noch nur, aber ich seh keinen Timer. Das sollte die Rebellion anheizen. Das war jetzt noch das Ding bei mir. Ich hab jetzt 600 Erfahrungspunkte gekriegt, krass. Und nochmal 350. Ja. Alter, sieht das eklig aus. Obwohl, ne, die sehen eigentlich noch normal aus. Was hat denn der da für ne Waffe? Alter, ne M4A1 mit Scope? Kann ich da die Pistole dafür wegnehmen? Äh... Ne. Unwahrscheinlich. Kannst du dich wechseln. Nur die... Primärwaffen. Ok, ich kann grad nicht auf meinen Skill. So. Ey. Was hab ich denn hier angerichtet? Ja. Aber wirklich. Weil irgendwas hier auch viel Brandwunden haben. Schönen guten Abend Ignorian. Willkommen, willkommen. Wie witzig das? Äh, irgendwie... Ja. Ich hab jetzt ne M4 aufgehoben. Aber ich kann mir natürlich nicht die Schaden-Stats angucken, oder? Doch. Als hat er mein Scharschützengewehr weggeschmissen. Äh... Warum? Also du kannst theoretisch vergleichen. Dann im... Inventarmini. So. Äh... Nächste Mission? Ja. Ja. So ich geh mal aus. Ist mein... Oder ich. Ist mir... Ist mir wurscht. Da muss einer von euch beiden aussuchen. Weil... Ich hab ja die Biete schon durch. Da kann ich keine Mission anwählen. Achso, du hast dich schon komplett durchge... Du alter Nörd, Alter. Ich hab dich schon komplett durchgespielt, ja. Ja. Ich hab dich schon komplett durchgespielt, ja. Es ist nichts zu fassen. Was ist das C? Ich hab irgendwas auf der Karte markiert, aus Versehen. Ah, das ist das C. Kann ich die jetzt nicht ausrüsten? Welche? Die Sniper auf den zweiten Slot. Äh... Theoretisch kannst du's ausrüsten. Du kannst in der Waffenkiste gehen, weil der Equipment changen. Oder du drückst einfach auf I. Ja, ich drück's immer... Ich wächst jetzt normalerweise über I. Ich weiß nicht, ob man das... ...so einfach... ...machen kann und dann raus. Einen Kulta gefangen gehaltener Rebell könnte wichtige Informationen zu Jury und Politor haben. Ja. Befreien Sie ihn und finden Sie heraus, was er weiß. Die Munitionskisten... ...dass da... ...man auch das Loadout bewechseln kann. Das macht die überhaupt kein Sinn. Das würde der Sinn machen, dass man das nur an denen wir gleich Kisten machen kann. Aber gut. Ich klau uns schon mal ein Auto. Ja, schon mal ein Auto. Ich steck schon mal einen. So, jetzt hat's geklappt. Hey, loben Sie auf. Ich werd... Ich muss noch mal schnell Munition auffüllen. Jo. Äh, 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 wo ist die Kiste? Ja. Hier. Ich? Nee. Nee, äh, ach, mei. So, dass du jetzt auf der Seite ansteigen kannst. Mit einer mittleren Maus-Paste kann man... Äh, Plaste. Taste kann man wechseln, oder was? Nein. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Uh, da kann Dokumente in dem Haus, ne? So, Alter, wir müssen bis nach Kulta. In dem Haus da oben waren die Dokumente. Ich kann kurz vorstellen. Ja, schnapp's da jemand. Hat da jemand... Hat mal jemand gesehen, wie weit wir fahren müssen? Ja, warte. Ich seh da 1,9 Kilometer. Das ist gar nicht so weit. Ähm. Auf der Karte sieht's nicht weit aus. Ich find Ghost Recon Wildlands eigentlich ziemlich nice bisher, aber... Also die nächsten Heli suchen. Könnte sein, dass das Spiel relativ schnell langweilig wird. Ähm, geht auf die Karte. Kommt drauf an, wie sie es Missions... Und da ist... Ähm... Wie sie die Missionen noch gestalten. Das weiß ich halt nicht. Ähm, restlich ja. Da ist ne Position, da könnt ihr ne Schnellreise jetzt machen. Ähm... Das würde es einfach erstmal machen. Und der Grund, Maher, dass du dreimal ne Ansage gekriegt hast, war, dass ich dreimal versucht dann den Stream zu starten und OBS oder Wildlands gecrashed sind. Das war halt alles Pech. Deswegen bin ich ne halbe Stunde... Genau. Und da auf die Karte... ...später online gekommen, als ich wollte. Und da auf die Karte... ...später online gekommen, als ich wollte. Also nichts hier, von wegen Youtube mag ich auf jeden Fall, mag meine Hardware mich nicht mehr scheinbar. Wenn ich mal als erstes hier ankomme von euch... Oh! Da ist so... Ähm... Ben ist ausgestiegen bei mir... ... und steht jetzt auf der Straße rum. Hm? Ja. Glaubt ihr, Hellkardinal glaubt seinen Bullshit über das Kartell eigentlich selbst? Sorry! Huh! Ich hab hier oben einen, den ihr ausschalten könnt. Schön, mit Boxershorts durchs Treppenhaus gelaufen. Ich glaub, mir ist ein Ei rausgefallen vorhin. Oh! Fuck! Da ist noch weiter. Ich zieh mich zurück. So... Nur 300 Meter weg, ich komm hier leider nicht hoch. Was ist denn das für ein scheiß Berg? Äh... Hat irgendjemand Blickfeld auch? Äh, was? Fuck! Ah! Wir werden jetzt nicht suchen. Ich komm, glaub ich, nicht so einfach zu euch. Komm mal kurz auf die Karte. Ja komm, der hätte... War vorgehand. Ähm... Wenn du ein bisschen weiter rechts läufst... Den... Oh Gott, da kommt der... Von mir aus rechts? Ich krieg auf jeden Fall die EP. Schön töten, Leute. Schön töten. Ja. Äh... Und jetzt geradezu? Ich muss hier um das... Also du musst... Ah, hier, warte, ich glaub hier geht's hoch. Oh, hier ist klar! Nein, hier geht's nicht hoch. Nee, ich dachte eigentlich jetzt... Wenn du wieder links läufst... Okay, alles gut. Glaubt ihr, El Kardinal glaubt sein Bullshit über das Kartell eigentlich selbst? Warum nicht? Weil sie fast jeden verdammten Tag unschuldig... Ohhhh... Ich raste raus. Warum komm ich hier nicht hoch? Warum komm ich hier nicht hoch? War auch ewig, um die Map aufzurufen, ne? Ähm... Also... Siehst du, wo ich bin? Ich guck da grad so auf dich runter. Und hier sind haufenweise Steine. Kannst du da nicht irgendwie hochklettern? Äh... Warte... Also hier ist so ein kleines Tiefengebiet. Ja, da war ich ja gerade, warte. Hier sieht's so ein bisschen aus, als könntest du hier hochklettern. Und gegen? Äh... Verdammt, ich bin runtergerutscht. Äh... Hier dann? Wir sollten ins Spiel ne Reißleine einbauen. Und hier? Auch verdammt. Äh... Warte, bist du runtergefallen? Ich bin nicht runtergefallen, ich bin nur runtergelaufen. Weil ich dachte ich kann dir da irgendwie... Ah, warte. Das sieht doch gut aus. Hier? Er klettert halt nicht hoch, ne? Alter, ernsthaft? Na gut. Dann... Ne, ich komm hier... Es wär so einfach... Wenn das die Developer sehen, ja? Warum kann man an dieser Stelle hier... Nicht hochklettern? Ich raste aus. Dann müssen die anderen beiden ihren Spaß haben. Ja. Wir müssen jetzt um das gesamte Feldmassiv rum, ne? Feldmassiv. Ich schau grad mal, ob man hier wirklich weiterkommt. Das ist ein Dreck. Hey. Bis hierhin war ich ja schon. Hier hab ich doch grad den Clamp gesehen. Okay, hier ruhig den Clamp nix. Hier oben... Ah, hier oben. WTF, wir hätten mich gesehen. Geht's nicht weiter? Ah, da hätte ich jetzt... Ja, und jetzt... Steh ich hier... ...mit auf nem Haar... Ey ernsthaft jetzt? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Guck mal, geht nicht hoch? Es sind hier ein Haufen Steine, wo man einfach nur einmal springen müsste und man wäre oben. Ich dachte eigentlich, du kommst da hinten irgendwo, das ist echt... Das ist, wie lächerlich das ist. Ey, ohne Scheiß. Alter ey, ich hab irgendwie das Gefühl, wir haben uns noch weiter runter bewegt als Stadt hoch. Ey komm hier nirgends hoch. Wir machen eine Exkursion. Die Scheißberge. Okay, ich würde einfach sagen, die beiden da oben machen die Mission zu Ende. Ja. Und ich buche uns ein Auto. Juri und Polito, die die sie gefoltert haben. Wir sind hier um sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle sie hingeschafft? Und wir fahren dann einfach zur nächsten Mission mit hin. Kommen wir ja echt nicht hoch, ne? Nö. Richtiger Käse ey. Jetzt fängt es auch noch mal zu regnen. Also ich bin doch trocken. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Kommen. Ich hab noch nicht mal meine M4, ne? Das Game will mich verarschen. Oh, ich muss mal kurz die Punkte vergeben. Ich wollte als nächstes... Punkte vergeben? Ich krieg nicht mal Punkte. Ich hab... Oh doch, doch, doch. Dann kann ich jetzt den Granatwerfer freischalten. Haha. Oh shit, ich brauch drei Skillpunkte für die Drohne. Ah. Okay. Ddd, kannst du mal die nächste Mission schonmal? Ja, ich würde noch kurz eine Mission machen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh. Wow, fast die Bäuerinnen umgefahren. Ich hab gedacht, das ist eine Straße hier. Ah, ist irgendwas in der D? Wirklich. Du hast ein Skillpoint, das ist noch ein Skillpoint, Fragezeichen. Nächste, was ich sehe, ist... Da unten? Was? Ja. Wir machen es mal so. Ich hole den Hidi, den ich da markiert hab. Ja. Und wir holen euch dann ab. Fliegt auch ein Flugzeug durch die Gegend. Bei mir sind gar keine... Bei mir sind gar keine... Hauptmissionen mehr verfügbar irgendwie. Ja, eigentlich müsste doch nur die... Also... Oh, der Sackkartafel ist ganz schön hart. Ich hab's nicht gesehen, scheiße. Aber ich sehe, wie das Auto aussieht. Ja, ich bin die Sackkartafel reingefahren. Hehehe. Okay. Äh, ich glaub wir müssen hier jetzt noch wieder... Magie natürlich. Hi Marius. Ich hatte übrigens heute das Problem wieder mit White... Whitelands jetzt. Dass der Arbeitsspeicher angeblich nicht ausgereicht hätte und so. Und... Die Gegend haben wieder gespawnt. Ja. Keine Ahnung. Das ist ein Bug von OBS, hab ich das Gefühl. Total... Nervig. Ich musste... Halbe Stunde hab ich gebraucht, um das hinzukriegen. Äh... Aufnehmen können. Mit den Hidi haben. Das ist alles zu weit weg. Die nächsten Skillpunkte, die sind zum Beispiel... euch. Oh. Witzig. Äh... Cool, ja, hab ich gestern nur kurz alleine gespielt. Dann weiß ich ungefähr, wo die Typen stehen. Wollen wir das Dinges machen? So, ich hab... Schießt da einer vom Berg? Ja. Ist ja wie immer aufgeschreckt. Und mal gucken, wie die Kugeln fallen. Der ist Geschichte. Und so. Machst du? Ja, einer sitzt da hinten im Haus, was? Sie sind an uns dran. Ganz ruhig. Was? Hinter... Hinter mir! Hab ich's. Oh, fuck! Oh, fuck! Okay, der ist das wohl... Wir fallen zu von Verstärkung. Oh, tritt in die Eier. Er ist getroffen. Granate kommt. Komm im... Er ist gut. Er ist gut. Oh, scheinbar tot zu sein. Jetzt kann schon was los. Oh Gott. Oh, oh. Ich bin da. Unten auf dem Friedhof waren anscheinend auch noch Leute. Ja. Ja. Tango getroffen. Ich hab's gleich. Da ist doch noch eine rote Markierung. Bist du da einfach reingelaufen? Ich komm zu dir, warte. Da unten ist nur einer. Also ich glaub... Sieht aus, da haben wir sie aufgeschaut. Der ist verschwinden. Pass auf. Ich hab ihn. Oh, hier ist äh... Ja, ich komm draußen. Keine zweite Tür. Genau. Da lieg ich. Alter, der hat ja schön mit dem Gesicht am... Am... Am Stein gebremst hier an der Wand. Oh, shit. Das wird immer noch weg. Okay, danke. Bitte. Gut. Warte, lass mich kurz noch Munition einsammeln. Ja. Ich mach mir schon mal den Heli. Ja, kommt ihr da rein. Ich. Soll ich schöne Grüße bestellen von Marius, äh, Leo? Ah, danke. Gleich wird's. Der ist gerade reingekommen. Okay. Machen wir weiter. Okay. Äh, was wolltest du grad machen? Was geht raus? Äh, der ist gerade in den Stream gekommen. Ah. Der hat übrigens eine Gatling jetzt dran, ne? Zwei Stück. Ja. Nur mal kurz überprüfen. Lande bitte vernünftig. Oh Gott. Genau in den Benzinfestern. Hey, cool. Warte mal. Das kann ich. Äh, ja. Das war's mit dem Heli. Ich hab die Rotorne. Ernsthaft? Wir lassen die Rebels wissen, wo sie dir nachschub finden. Sie können uns schützen. Oh, schön. Wir müssen immer positiv sehen, ne? Wir sind zusammen. Das ist toll. Wir machen sie nicht kaputt. Ich fahre. Ja, komm Daniel. Zeig mal deine Frau's geht. Ja. Ich bin hier, glaub ich, noch nie Auto gefahren. Ähm. Du A? Ist das jetzt unser Ziel? Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ja. Er hat das markiert. Das ist das einzige, was ich jetzt noch sehe, so richtig. Okay, warte mal jetzt. Was ist... Oh Gott. Falsch gefahren. Oh. Alter, was denn das? Ich bin wie ein Gummiball zurückgeflogen. Oh. Leo, warum? Warum? Ja, wir werden hier nur geballert. Wer braucht einen Leichensack? Ah, wie liegt noch? Ja, wie liegt noch. Oh, Kling Syrians ist nicht so leicht. Na ja. Der Lager und schießen wir. Ich bin dafür, wir nehmen uns ein neues Auto. Weil das ist kaputt. Ah. Oh ja. Easy. Auf 300 Meter ausgeschaffen. Den Typen. So. Ja. Ich fahr einfach mal hier und mit. Ich komm von der Unterfreund. Aber hey. Das musst du. Steig aus. Äh, du kannst doch einfach ins Auto ran gehen und das Leben. Sorry Kumpel, aber ich brauch dein Auto. GTA Style. Entschuldigung, Musik Super Erschung. Halter, wir fährten hier wie so ein Assi. Ist doch Ben hier. Und du gibst das mal? Äh. Äh. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Umsetzen. 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 Leo, Marios fragt ob wir uns das Spiel holen wollen. Ja, sitz ich unten. Ich hab's mal gestellt. Ja, ok. Und ich... Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Es ist auf jeden Fall cooler. Ich hab Angst, dass es so wird wie The Division. Ähm. Das Ding ist halt, solange du Leute hast, mit denen du das Spiel kannst. Also ich werde ja... Alter. Ich werde hier voll hinten. Halt gepumpt. Äh. Ähm. Solange du wirklich Leute hast, mit denen du spielen kannst, dann läuft das eigentlich. Ja. Na gut, ja. Stimmt. Und da jetzt Daniel und ich das auf jeden Fall schon mal holen. Aber ist es gerade schlimmer geworden, oder? Was ist es schlimmer geworden? Das Auto. Das Klein. Ne, das musst du. Okay. Okay. Ich hab doch was rein zu dir. Wie ihr kurzt ab. Oh Gott. Irgendwo hier sollten wir Informationen absuchen. Oh. Ja. Da sind Gegner. Geil. Mein Gott ey. Der macht mich fertig. Umgelegt. Umgelegt? Bessere Ansage. Ja gut, okay. Ähm. Ich meinte auch den ganz anderen Eingang. Oh, das ist ein Zivilist. Das ist auch ein Zivilist. Er hätte auch fast geschossen ey. Ja, ich hab ganz zwei Leute untergelegt, ja. Zivilisten oder? Oh. Entdeckung Idiot! Ach, wir haben sie erledigt. Ne, richtige Leute. Also. Das sind keine richtige Drohne. Zivilisten sind keine richtigen Leute, ja. Also wir schießen uns hier gerade im Hauptbereich noch mit ein. Oh. Da liegt schon wieder einer tot im Terrain. Wie kann das sein? Ja. Ja. Streck einfach mal das Auto. Mach ich. Garnate fliegt. Nehmt das. Wollte ich mich auch schon, dass sie noch rein halten. Einer weniger. Nice. Alles sauber. Ah, sehr schön. Alles sauber. Es waren hier 5 Leute oder so. Mann. Das war 5. Ja. Oh Mann, wenn du zielen könntest. Hättest mich nicht erwischt. Ah. Alles sauber. Ah, sehr schön. Warum kann ein Auto zweimal explodieren? Das war 2, Alter. Ja, aber die waren doch schon kaputt. Ja, das ist auf uns nicht. Warum sollte es doch wieder zwischendurch? Ja. Schön, schön nochmal Forza gespielt, haben die im Stream gesagt. Schön durch die Gegend gecruist, ja. Ich habe ja das Vieter alleine geschwommen. 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 Und jetzt den zweiten Part Vieter alleine. Und das hat mir ja auch so echt viel Spaß gemacht. Aber ich mag halt dieses Open World mit kleineren Missionen. Das nächste, was ich habe, wäre die. Ja, was ist da oben. Ah, hier ist ein Heli, die ich passe runter. Ah, sehr gut. Da haben wir ja gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es ganz cool wird, das Game. Ah. Mario, das Nachtsichtgerät bringt ja auch nicht so viel. Das ist halt einfach nur grün. Ja. Da sehe ich genauso viel. Was ich halt bei dem Spiel so als Potenzial sehe. Ist halt, es ist wirklich. Raus aus dem Auto, Bruder. Ich sage das kein zweites Mal. Äh, Ghost-Spiegel. Und das spielt sich halt auch wirklich so. Ja. Das ist halt nicht so. Ha. Okay, danke. Halt. Ich habe Bälle alleine wegen? Weiß ich. Ich vertraue Leo nicht so. Ha. Oh, dann auch so. Ah. Ja, jetzt nimmst du extra den Weg durch das Gelände, ne? Weil ich so einen scheiß Straßenkarre genommen habe. Ich habe den Flieger auch abgekippt genommen. Oh. Nicht so, dass das viel besser ist. Ey, lass uns jetzt nur ein Meter laufen. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Habe ich nicht so ein Meter, da kommt bei dem. Den hab ich abgestillt. Oh, oh. Oh. Ich spiel nicht, das bin ich ja auch vergessen. Ich hab's geschafft. Und dann? Das ist eines prima, das liegt Daniel. Was? Okay. Kein Ding. Wenn wir so gleich die Kugel geben. Okay, dann. Wo müssen wir hin? Äh, zu A. Also A ist parkiert auf der Karte. So. Siehst du den Marker? Da links. Ja, warte. Ja. Ich wünsch dir eine wunderschöne gute Nacht, Marius. Nacht, Marius. Gute Nacht. Der macht jetzt. Leo läuft nichts, was nicht länger ist, das ist sein Auto. Alles klar. Ja, gestern hatten wir eine gute Fahrt mit dem Lappen. Das hatte ich Spaß. Was müssen wir jetzt hier machen? Ah, ich glaub das ist ein Liegen. Insofern. Ich hab noch schon einen gesehen. Ja, dann knallt sie ab. Aus dem Hubschrauber. Ja, warte mal. Ich versuch mal Leute zu markieren. Okay. Dann hab ich jemanden. Wir können hier oben auf dem Felsvorsprung landen. Ich sehe nur eins hier. Ja, mach mal, weil wir gerade weg werden. Ja. Okay. Kein Problem, kein Problem für Consecro. Wir wollen das jetzt weg. Nice. Aber warte. Ich wollte eigentlich noch ein Stück weit da vorne hinsetzen, aber gut. Alles gut. Jetzt bin ich auch auf euch Devil gelandet. Ja. Da. Da schaltet ich auch runter. Marius sagt gerade, der Lambo war echt nice und kam gut durchs Gelände. Aber wie kann denn das sein? Der ist doch so flach wie was weiß ich was. Also es hat gerannt. Oh. Da ist ein Sniper. Ist down. Vor allem, ich hab noch geguckt. Ich sah in dem Turmsitz bestimmt ein Scharfschütze drinne. In dem Moment, wenn ich das Fernglas raushole, guckt ihr um die Ecke. Oh. Das klingt nach Gatling, oder? Boom. Tango erledigt. Hä? Wo hocken die denn? Haben die sich jetzt echt eingebunkert? Ich glaub der ist aus der Karte rausgefallen. Hauptsache er ist tot. Mal schauen ob meine Waffe wirklich so geil ist wie ich denke. Du hast ihn erwischt? Was für Teufel? Alter. Das ist schon die mächtige Sniper wa? Ja, die hat eine höhere Penetration. Hm, Penetration gefällt mir. Ich komme hier von dem Berg schon runter. Ja, ist wie gut das. Okay. Da stand auch unten ein Halley, hab ich gesehen. Oh. Ich hab Schüsse gehört? Zwei Typen, ja. Einer am Holzstapel und einer am Haus. Da hab ich sowas explodiert. Hab beide. Kein Problem für Consigro. Ah, okay. Unsere Beine auf der Straße. Gut. Dann. Oh Gott. Nicht immer der Fall. Ja, dann ist auf zu A. Ich hör ja noch Geschrei. Aber ich seh keinen. Zivilisten. Zivilisten. Ich würd ich gar nicht wissen warum nicht. Ja. Der Zivilist hat mich gerade erschossen. Warum lässt du nicht so Zivilisten erschießen? Ja. Vielleicht bist du aber auch. Ähm, in der Tat hab ich mal ein Gambling-Video geplant. Und zwar mit den Einnahmen, die ich von Bananatic mache. Aber der ist schon gut. Wer dich erschossen hat, oder? Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freunde... Nein, der ist hier rumgerannt. Ich weiss nicht. Aber kann sein, dass ihr ihn erwischt habt. Die Stillhärten. Okay, okay. Sehr gut. Daniel, mach die 120 XP voll. Gib ihm. Die Sau. Hab ihn. Er ist tot. Schön. Ich schieße auf die Leiche und hier ist noch einer. Geil. Dieser Seite ist zauber. Ne, jedenfalls wollte ich mit den, ähm, Einnahmen aus Bananatic mir eine Paysafe-Card kaufen. Und dann wartet mal kurz jetzt nach dem Waffen-Dingens. Ja, und da wollte ich mal ein paar Kisten aufmachen. Ah, das ist die... Wartet. Waffenkiste entdeckt. Aber generell mach ich sowas nicht, weil ich sowas nicht geil finde. Also ich würde niemals mein eigenes Geld dafür investieren. Auch mal Munition aufstatten. Ähm. Das wollte ich schon. Ne, ne, das ist ja gar keine Munition. Ja. Uhhh, leichtes MG. Sollen wir jetzt die Sportwagen-Mission machen? Äh, die ist zumindest grad markiert. Okay, dann mach ich mal wiederholen. Da klingelt bei irgendjemandem das Telefon. Ja, bei mir. Aber ich muss mich nicht. So. Du kannst doch einfach mal dieses Mal mitfahren. Kann man das... Kann man das MG... Dämpfen? Nein, dämpfen. Nein. Oh. Wie unrealistisch. Ich kann fliegen, klar. Ähm, wer, was, wo mitfahren, wie, was? Ne. Nein. Du hast ja letztens mal die Befrückung, wo man den, äh... Naja. Richtig. Der Leiden und Zweite sind. Da war halt klar für dich ein bisschen schnell. Ja. Ich hab schon gehört. Soll ja gut abgegangen sein. Ja, der treffe ich ja nicht, gell. Schönen guten Abend Felix. Einen wunderschönen. Oh, der war mal hier mal eben. Klar bin ich ein guter... Ich bin schon immer ein guter Spieler. Und ein guter Schütze. Wie ich hier gerade Leute ausgenommen hab, ne? Eiskalt. Einer hatte geschrieben, wir sind die Bergretter vom Dienst gewesen. Wann hast du mit deiner Familie gesprochen? Kurz bevor wir Bolivien verlassen haben. Und du? Ich hab versucht, ging aber keiner dran. Schön abgesetzt. Die Drohne fliegt. Das ist hart. Vermisst du sie? Jeden Fütterpunktag. Ändert aber nichts. Die Scheidung läuft schon. Ich hab' den Einsamen müssen die schlimmsten sein. Kannst keinem sagen, wo du hingehst oder wann du zurückkommst. Heute bist du noch da und morgen weg. Keine Ahnung. Ich bin froh, was sachgeschieden zu werden. Erinnerst du dich an Kosek? Der Wichser kam nach Hause und fragte das ganze Verdammt. Da ist noch gar nichts. Doch da. Ich weiß. Wenn ich zuhause bin, zählt für mich jeder Moment. Ich gebe ihnen alles, was ich habe, und hoffe, es ist gut. Jetzt versteht ihr Motherfucker, warum ich immer noch singe bin. Der waren wir doch schon. Fünfmal. Achso, das ist natürlich Sportwagen-Map, wenn ich verstehe. Oh, hier ist einer genau neben Boko. Äh, hier neben Ben. Er ist tot. Okay, es ist alles gut. Schön, wie jeder da drauf kommt. Ja. Ähm. Ich mag vor allem dieses taktische so ein bisschen. Shit, sie haben ne Leiche gefunden. Oh, ich hab da doch einen gesehen. Ja. Richtig. Du fliegst auf, bleibt zurück. Aber sie ist ein Zivilist. Ja. Es wurde gerade gefragt, wer so elegant geflogen ist. Echt? So elegant fliegt nur Leo, wurde in den Chat geschrieben. Oh. Das ist... Da geht mir gerade das Herz auf. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango aus. Tango ist tot. Schön im Gras hier rumliegen und rumsnipern. Oh. Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner, ja. Du musst kurz mit dem Fadenkreuz drauf bleiben, dann wird er dir rot markiert, wenn es so ist. Ja. Ich warte nur darauf, dass mich hier übrigens einer mit dem Auto überfährt, weil ich liege in der Nähe der Hauptstraße. Super. Soll ich? Nein. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Okay. Den kann ich noch unten bemerkt. Feind getötet. Den da oben kriege ich. Hier ist dein Sicario. Oh, was läuft da? Wo hast du sie? Ähm. Achso, ihr seid unten lang gelaufen. Ja. Wir sind schon drinnen. Ja. Dann kriege ich euch mal die Dächer. Mach das. Okay, da entscheidet sich gerade einer im Kreis zu laufen. Der ist schon im Eingang. Oh, wach auf. Wenn du guckst. Wir haben sie aufgescheucht. Ich habe mich mal markiert. Der ist gerade ein bisschen panisch. Das sehe ich gerade. Er geht rund. Er geht runter auf der anderen Seite. Gut. Alles gut. Ich habe mal ein paar Leute aufgesteckt. Aber egal. Alles gut. Alles gut.